So, hallo und herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass ihr euch eingefunden habt, sowohl hier vor Ort als auch virtuell. Vorweg möchte ich kurz mal eine Frage in den Raum stellen. Wer von euch ist denn Amateurfunker? Einmal kurz die Hand heben. Schön, das habe ich mir schon fast gedacht. Da ist durchaus ein guter Anteil dabei an Amateurfunkern und vielleicht auch solche, die es werden wollen. Das habe ich jetzt nicht abgefragt, aber das überlasse ich dann euch, weil wir haben nämlich im Raum die Spezialisten bzw. vor allem den Spezialist dafür. Matthias ist nämlich beim Deutschen Amateur- und Radioclub im Referat für Aus- und Weiterbildung und Jugendausbildung. Das ist korrekt? Ja, genau. Und da hat sich im letzten Jahr was sehr Schönes getan und zwar habt ihr euch nämlich mal hingesetzt und die Bundesnetzagentur dabei sehr tatkräftig unterstützt, einen neuen Fragenkatalog zu entwerfen. Ja, nett, letztes Jahr, Jahre. Okay, die Geschichte kommt dann im Detail noch. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass du da bist und uns ein bisschen zu der Geschichte etwas erzählen möchtest und ich freue mich auch, dass Marai mit an Bord ist. Die habt ihr in anderen Vorträgen schon gehört und gesehen. Deswegen nur ein bisschen dazu. Ich kenne Marai aus dem Studium und sie ist vor allem diejenige, die man fragt, wenn es um technische Sachen bezüglich Textsatz etc. geht. Oder eigentlich, es ist praktisch bei allen Sachen. Gut, also ihr werdet die beiden über das Event weiterhin noch erreichen. Schon mal vorweg, stellt viele Fragen, stellt sie im Idealfall direkt vor Ort oder direkt nach dem, oder dann später nach dem Vortrag. Matthias erreicht ihr bis 16 Uhr, sag ich aber gleich nochmal. Danach dann virtuell. Gut, okay, dann will ich euch nicht weiter die Zeit klauen. Ich freue mich sehr auf den Vortrag und bin gespannt, ob wir ein bisschen was zu den neuen Fragen lernen können und wie schwierig das dann in Zukunft wird. Ja, alles klar. Ja, danke dir für die schöne Einführung. Ja, wie sieht es überhaupt aus mit Amateurfunk in Deutschland? Da hat sich, was jetzt die Prüfungsfragen angeht, circa 20 Jahre nichts mehr getan, so wirklich. Wir haben momentan seit 2005 ein zwei Klassensystem. Es gibt die Klasse E und die Klasse A und die unterscheiden sich im Prinzip dadurch, dass ja, Klasse E darf bis maximal 100 Watt Senderausgangsleistung und Klasse A darf bis 750 Watt. Und Klasse A hat alle Amateurfunkbänder drin und Klasse E hat nur ein kleines Subset von Amateurfunkbändern. Das Problem ist oft auch mit der Klasse E, das ist im Moment jetzt unsere Einstiegsklasse oder war jetzt unsere Einstiegsklasse. Die war aber teilweise immer noch zu schwierig, gerade für Jugendliche, immer noch ein bisschen vom Niveau ein bisschen zu hoch, was den Schulstoff zum Beispiel angeht. Und aus dem Grund haben wir die Bundesnetzagentur auch überzeugt, eine neue Einstiegsklasse mit dazu zu nehmen, die sogenannte Klasse N. Und die darf auf 2,70 Meter, also das sind so die typischen Handfunkgeräte, mit 10 Watt Strahlungsleistung. Und auch ein Kurzwellenband kam dazu, 10 Meter. Und das ist ja im Prinzip so ein Einstieg in den Amateurfunk. Also zumindest soll das Ganze das werden. So dass man mal mit einer relativ niedrigen Hürde da einfach mal mitmachen kann, mal ausprobieren kann. Und jetzt müssen wir mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Jetzt kriegt man so ein neues Klassensystem und dann braucht man halt auch irgendwie für so eine neue Klasse auch neue Prüfungsfragen. Für Amateurfunk muss man eine Prüfung ablegen bei der Bundesnetzagentur. Und darum soll es halt so ein bisschen gehen, wie haben wir das gemacht? Wie sind wir da vorgegangen? Wie haben wir das Ganze auch technisch umgesetzt? Das ist so ein bisschen die Idee des Vortrags. Ja, zeitlicher Ablauf. Das Ganze ging schon 2020 los. Meine Vorgänger, einer sitzt da, hat das angestoßen. Da gab es ein Kick-Off. Ich glaube im Januar 2020 war das. Und ihr wisst alle, was dann passiert ist. Da war dann ja so ein bisschen Apokalypse hier. Wir mussten uns erst mal dann neu orientieren und haben sehr viel versucht virtuell zu machen, also nach online zu verlagern, um an dem Projekt halt weiterzuarbeiten. Es hat sich eigentlich rausgestellt, dass Corona eigentlich für das Projekt sehr gut war, weil viele Leute waren zu Hause, hatten viel Zeit und konnten entsprechend mitarbeiten. Ja, wir haben, wie wir vorgehen wollen, in einem Manifest runtergeschrieben. Das hatte 14 Seiten. Da stand im Prinzip das drin, was ich euch jetzt auch irgendwie zeigen möchte. Und das haben wir genutzt und haben angefangen, den Katalog zu überarbeiten. Da war es schon 2021. Und das haben wir dann auch der Bundesnetzagentur quasi dann vorgestellt. Und die hat schon parallel an einer Novellierung der Amateurfunkverordnung gearbeitet. Also es war eigentlich das perfekte Zeitfenster für uns, um mit der Behörde halt in Kontakt zu kommen. Und da haben wir das präsentiert. Das Konzept, okay, wir stellen uns das vor mit drei Klassen. Wir haben ein neues Konzept, was die Fragen angeht. Und das Konzept mit den Fragen fanden sie ziemlich gut, weil eigentlich muss die Bundesnetzagentur halt den Fragenkatalog machen. Und wir haben denen vorgeschlagen, okay, wir machen euch einen Fragenkatalog, den ihr einfach nutzen könnt. Und dann hat denen auch nach ein bisschen Diskussion auch die Idee gefallen, dass wir halt diese neue Einstiegsklasse mit dazu nehmen. Ja, die Bundesnetzagentur hat uns, sag ich mal, die Leitplanken gesteckt. Der Bereich, in dem wir uns aufhalten durften, was wir machen konnten. Und die haben auch alles entsprechend überprüft, was wir gemacht haben. In der Behörde gibt es auch zehn Funkamateure, die inhaltlich diesen Fragenkatalog dann auch begutachtet haben. Und jede Frage wurde entsprechend auch dann abgenickt. Ja, den Katalog haben wir dann Mitte 22 oder Anfang 22 präsentiert. In Dortmund, in der Außenstelle, die für Amateurfunk zuständig ist. Und parallel dazu haben wir aber auch schon mal am Ausbildungsmaterial gearbeitet. Und da arbeiten wir auch immer noch heute dran. Ja, also das ist noch nicht abgeschlossen. Ja, Mitte letzten Jahres gab es dann den ersten Entwurf der neuen Amateurfunkverordnung. Und wir sind jetzt in der Übergangsphase. Und die Verordnung wird ein Jahr später gültig. Der Katalog wurde im Dezember letzten Jahres dann präsentiert öffentlich. Und die erste Prüfung nach dem neuen System wird dann Mitte diesen Jahres stattfinden. Ja, ich will ein bisschen inhaltlich was sagen zu den Fragen. Wie ist das überhaupt? Die Amateurfunkprüfung, wie ist die aufgebaut? Es sind Single-Choice-Fragen. Das heißt, es gibt einen Fragenkopf. Und dann wie bei Wer wird Millionär oder anderen Quizshows gibt es halt eine richtige Antwort. Und dann gibt es halt noch sogenannte Distraktoren. Das sind falsche Antworten. Ja. Und nur eine soll natürlich richtig sein. Das sind die Antwortoptionen. Die Distraktoren haben die Aufgabe, dass sie von der richtigen Antwort ablenken. Aber sie sollen nicht verwirren. Ja, das ist ganz wichtig. Die Grundregeln sind einfach. Für eine gute Frage zu machen, soll sie für einen Wissenden ohne große Schwierigkeiten lösbar sein. Und der Unwissende, für den soll eine geringe Wahrscheinlichkeit da sein, dass er die Lösung halt irgendwie nur durch Raten findet. Ja. Und im Idealfall kann die Aufgabe dann beantwortet werden, ohne dass die Antwortoptionen gezeigt oder gelesen werden müssen. Ja. Und das ist da gibt es ganz viele Regeln. Das haben wir erst mal recherchiert. Mal geguckt, was sagt denn die Wissenschaft eigentlich zu Single-Choice-Fragen? Wie macht man das richtig? Das ist jetzt nur eine grobe Auswahl. Ich gehe da nur ganz schnell mal drüber. Ja, die richtige Antwort muss korrekt sein. Das ist leider im aktuellen Katalog nicht der Fall. Da gibt es oft auch richtige Antworten, die falsch sind. Und die richtige Antwort muss aber auch eindeutig sein. Ja. Also es gibt auch Distraktoren, die sind so halbrichtig. Und das ist auch nicht besonders toll. Gehe da mal ein bisschen weiter noch. Genau, das ist das gleiche im Prinzip. Antwortoptionen sollen klar unterscheidbar sein. Das ist so ähnlich. Auch um das Ganze zugänglicher zu machen, soll man doppelte Verneinungen, komplexe Entscheidungen und sowas vermeiden. Ja, möglichst klar und ohne irgendwelche Fangfragen das Ganze machen. Antwortoptionen möglichst kurz, keine Längenunterschiede. Das ist statistisch so, momentan im Katalog, dass die längste Antwort meistens dann auch die richtige ist. Das ist so ein beliebter Fehler, der halt einfach beim Fragen-Design passiert. Und das finde ich auch interessant. Deswegen habe ich es mal mitgenommen. So absolute Begriffe, wie zum Beispiel, ja niemals, immer, alle, kein oder nur. Das soll man vermeiden, weil das meistens falsche Antworten sind. Genauso moderate Begriffe, wie zum Beispiel jetzt in der Regel, das weist eigentlich immer auf eine richtige Antwort hin. Ja. Zeige ich euch auch mal Beispiele. Habe ich ein paar mitgebracht von alten Fragen. Zum Beispiel hier mit in der Regel, das ist sogar ein Q hier, weil das in der richtigen Antwort und in der Fragestellung vorkommt. Aber auch hier, in der Regel und in den Katalogen ist A immer die richtige Antwort. Andere Lösungshinweise, zum Beispiel hier nur, ja es kommt sogar viermal vor, das heißt B und C kann ich wegstreichen, habe ich schon eine 50-50-Chance. Ja, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Ja, einfach und klar. Ja, auch nicht immer der Fall, sieht man jetzt auf der Seite hier. Das sind eigentlich zwei Fragen in einer und man muss erstmal einen ganzen Aufsatz lesen. Also für jede Antwort einen ganzen Aufsatz. Um überhaupt mal zu verstehen, um was es geht. Und dann noch, muss man noch an den Details gucken, was ist jetzt eigentlich richtig. Ja. Also es ist ganz, ganz schlechte Frage nach unserem Manifest. Ja. Genau. Und da gibt es noch so ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel hier Abgrenzung, Distraktor. Wie soll ich jetzt im Funkverkehr verhindern, dass ähnlich lautende Rufzeichen verwechselt oder missverstanden werden können. Das wird verhindert durch die Nutzung eines Buchstabieralphabets, also das NATO-Alphabet. Ja. Aber D sagt auch mehrmalige Wiederholungen. Ja. Also ich wäre ja blöd, wenn mich das Gegenüber jetzt nicht versteht, dass ich dann nicht meinen Ruf nochmal wiederhole. Ja. Das ist also so halb richtig. Und das sind alles so Dinge, die haben wir versucht zu vermeiden. Und ich denke, das ist uns auch eigentlich ganz gut gelungen. Ja. Also das Ergebnis ist öffentlich. Könnt ihr auf bnetza.de slash amateurfunk minus Fragenkatalog entsprechend euch mal angucken, was wir daraus gemacht haben. Ja. Also wie sind wir vorgegangen? Wie macht man sowas? Vor allem in dieser Pandemiesituation. Erstmal das Manifest geschrieben, wie wir vorgehen wollen, aber wir haben auch ein Tool gebraucht. Und das wollen wir heute zusammen ein bisschen mal zeigen, wie man das machen kann. Der Überarbeitungsprozess. Das habe ich nicht allein gemacht, sondern ich habe ein ganz großes Team gehabt. 75 Mitwirkende waren dabei. Über 10.000 Ehrenamtsstunden wurden geleistet. Und ja, wie lief das ab? Wir haben hier ein Tool. Kommen wir gleich drauf. Und wir haben ganz viele Big Blue Button Sessions gemacht. Und entsprechend die Prüfungsfragen diskutiert in verschiedenen Teams. Für die verschiedenen Prüfungsbereiche gab es verschiedene Teams. Ja, für betriebliche Kenntnisse, für Vorschriften, aber auch für die komplette Technik. Digitaltechnik, ein eigenes Team. Ganz viele Reviewer, die nochmal das kontrolliert haben, was wir oder was die Teams erarbeitet haben. Und dann auch noch so ein bisschen technisches Team, ja, um LaTeX, Tooling und auch noch ein Big Picture Team. Komme ich jetzt gleich drauf. Ja, ein wichtiger Punkt, zeigen wir auch im Detail, war die Digitalisierung der Bilder. Wir hatten, glaube ich, so 500, 600 Bilder am Anfang, noch teilweise Tuschezeichnungen, die wir übernommen haben. Die musste man erstmal digitalisieren. Dann haben wir den Review-Prozess gehabt, also jede Frage war die Regel, muss mindestens von drei Leuten nochmal überprüft werden. Meistens waren es dann mehr. Wir haben 1750 Fragen abgegeben und es wurden über 9000 Reviews gemacht. Ja, der Big Picture Prozess, da haben wir dann Fragen meistens zwischen den Klassen hin und her geschoben, sodass das auch vom Lehrplan dann entsprechend Sinn ergibt. Und das war ein kleiner Kreis von fünf Mitarbeitern. Und dann schlussendlich die Revision der BNZ A, habe ich schon gesagt, zehn Mitarbeitende der Behörde haben das nochmal kontrolliert, was wir auch erarbeitet haben. Ja, wie macht man das in der Pandemie? Unsere Vorgänger, die das vor 20 Jahren gemacht haben, die haben das mit Word und Excel gemacht und haben sich irgendwie da per E-Mail den Fragenkatalog hin und her geschickt. Wenn da 75 Leute gleichzeitig dran arbeiten, skaliert sowas natürlich nicht. Und es war von Anfang an klar, dass wir ein Tool brauchen, eine Software dafür. Ja, die erste Idee war im Prinzip, ja können wir sowas selber bauen? Ja klar, wir sind Funkamateure, wir können das. Es ging dann auch so los, wurde mal ein Tool im Prinzip aufgesetzt, haben ein paar Leute dran programmiert. Aber nach einigen Wochen ging es halt nicht voran, weil man dann erstmal sich zum Beispiel sowas wie mit User-Login oder so beschäftigt hat und gar nicht zum eigentlichen Thema kam, nämlich Fragen zu bearbeiten. Und das war dann so der Zeitpunkt, glaube ich, auch wo ich in das Projekt kam und ich habe dann gesagt, naja, was gibt es denn schon für Software, was können wir da verwenden? Und da sind wir auf ein Tool gekommen, das nennt sich Direktus. Wer kennt das? Ah, okay. Kann ich nur empfehlen, es ist ein Datenbanksystem oder ein Datenbankfrontend, sage ich jetzt mal. Mit dem man eine Datenbank super konfigurieren kann, super einfach, aber auch gleich noch eine Rest-API dazu bekommt, automatisiert. Und somit kann man relativ schnell so einen Datensatz im Prinzip importieren und bearbeiten. Wir haben quasi die Fragen da drin überarbeitet mit den Teams. In dem Tool sind aber auch die Lerninhalte für unsere Ausbildungsplattform, das zeige ich dann noch am Ende. Und auch die Reviews, also unsere internen Reviews wurden mit dem Tool gemacht, aber auch die Bundesnetzagentur hat dieses Tool verwendet, um die Fragen entsprechend zu begutachten. Ja, und dann haben wir noch sehr viel Python-Software, wo dann die Idee war, sage ich mal, dass dann LaTeX-Code generiert wird. Und dann haben wir einen kleinen Aufruf gestartet, wir brauchen Hilfe, wir brauchen jemanden mit LaTeX-Know-how. Und dann haben wir einen Hint bekommen und ja, dann kam Marei zu dem Projekt hinzu. Und jetzt würde ich einfach mal hier dir das Mikrofon und den Pointer übergeben. Ja, das trifft ganz gut. Ich weiß, wir haben gestern kurz überlegt, wer schuld ist, dass ich jetzt arbeite, dieses Ding stecke. Und weil es war irgendwie so, dass über einen Mikro-Blogging-Dienst eine Frage kam mit, wir bräuchten LaTeX-Hilfe und wer hätte denn Zeit? Und auf einmal kamen so ein paar Menschen aus dem Amateurfunk-Umfeld und meinten, du kannst das doch, kannst du nicht da mal ein bisschen gucken? Das bisschen ist, wie so die meisten Ehrenamtsachen, ein bisschen eskaliert. Und wir sind jetzt gerade noch beim Zustand, bevor ich da angefangen habe. Und der ursprüngliche Plan war, man baut das Ausbildungsmaterial und überlegt sich, was sollen die Prüflinge lernen, um dann am Ende geprüft zu werden. Und baut daraus dann die Fragenkataloge und dann eben die Fragebögen für die tatsächliche Prüfung. Naja, der Plan war soweit schon ganz okay, aber noch ein bisschen grob. In der Praxis sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Es fängt an, zum Beispiel bei so Pipeline-Sachen wie die Abbildung zu digitalisieren. Matthias hat vorhin schon gesagt, dass es Tuschezeichnungen gab, die man eben dann umgebaut hat. Und das ist jetzt ein Bild aus dem Ist-Zustand, als ich da rein bin. Wenn ich jetzt unterschiedliche Dokumente damit bauen möchte, dann möchte ich das Bild skalieren. Bei diesem Bild sieht das dann so aus, beziehungsweise in der größeren Version so. Und hat den Nachteil, wenn ich das in so einen zweispaltigen Fragenkatalog packe, dass man vermutlich den Text nicht mehr wirklich lesen kann. Zu dem Zeitpunkt wurden die Bilder als PDF eingebunden. Das heißt, man hat sich die Mühe gemacht, die Bilder zu generieren mit Tics, beziehungsweise Circuit-Tics. Das ist ein Latich-Paket, mit dem man eben Schaltpläne bauen kann. Hat aber dann die PDF eingebunden, was den ganzen Mehrwert da bezüglich Schriftgrößen flexibel zu sein weggenommen hat. Und dann kam ich rein, habe ein bisschen rumgepöbelt und was ich am Ende bekommen habe, war, wir skalieren die Dinger vernünftig. Damit ich eben die kleine Version in genau dem gleichen Zustand halten kann und eben den Vergleich habe, jetzt entspricht die Schriftgröße meiner Standardschriftgröße auf der Folie. Und wenn ich das jetzt in den Fragenkatalog packe, hat es eben die Standardschriftgröße von da. Zweiter Punkt von dem Ganzen war, dass in dem großen Team, die die Fragen mit bearbeitet haben, sehr viele Leute waren, die mit LaTechno nichts am Hut hatten. LaTechno ist ein Text-Up-System, was erstmal eine Codeschnittstelle hat und das schreckt wahnsinnig viele Leute ab. Ich verstehe es immer nicht, weil ich finde Leute, die die Maus benutzen, immer komisch. Aber wir haben dann eben Syntax erarbeitet, überlegt, was brauchen wir an Strukturelementen, um da eine Semantik hinzukriegen für diese Fragen. Haben eine Schulung gemacht, haben extra alles sehr gezielt darauf hin vorbereitet, dass wir eben nur diesen Fragenkatalog bauen wollen. Und dann wurde der Katalog auch tatsächlich in LaTechno gemacht. Der ist auch heute noch so. Da ist alles Code, mit dem man arbeiten kann. Dann fing die Umsetzung für das Lehrbuch an. Da gab es dann einen Online-Editor für. Also es gab eine Overleaf-Instanz, um Tech-Code direkt zu bearbeiten. Der wurde dann in das Direktos reingefüttert. Und irgendwann gab es Probleme. Einerseits, weil die Leute, die keine Ahnung von LaTechno hatten, angefangen haben zu googeln, zu basteln und überhaupt. Und schon war unser beschränkter Funktionsumfang zerstört. Und die Leute, die schon mal mit LaTechno gearbeitet hatten, waren so ein, ich weiß es aber besser als die Vorgabe, deswegen mache ich es anders. Und das macht in Summe halt dann so eine Arbeit echt schwierig. Also, dachte man sich, also ich habe es mir nicht gedacht, aber dann kam irgendwann die Info, wir machen das jetzt in Markdown. Und ich glaube, mein erster Kommentar war, was zur Hölle habt ihr euch dabei gedacht? Weil, meistens ist es in meinen Projekten so, jemand schwenkt um auf Markdown und denkt, die Syntax wird ja wohl reichen. Und stellt dann halt irgendwann fest, reicht halt nicht und wir müssen uns was ausdenken. Markdown hat den netten Nachteil, dass jeder sich was anderes ausdenkt. Und das heißt, wir haben jetzt sowas wie HTML oder XML-Tags, um spezielle Abschnitte in den Fragen, aber auch nur in den Schulungsunterlagen zu kennzeichnen. Das ist soweit ganz nett, hat aber halt wieder den Nachteil, man muss eigentlich wieder eine eigene Syntax haben, hat aber den Vorteil, dass die Leute nicht googeln können, weil was sie bei Google finden, funktioniert halt nicht. Und dann, ja. Außerdem ist es jetzt so, dass teilweise Strukturelemente gar nicht mehr enthalten sind. Also wir hatten in Latte sowas wie SI-Einheiten sauber umgesetzt mit Werten und überhaupt. Und um da eben eine einfache, einheitliche Darstellung zu haben und die eben auch sowohl in Präsentationsfolien als auch in den Katalogen als auch im Buch einheitlich zu haben. Und jetzt laufen halt irgendwelche Regular Expressions darüber, die dann versuchen, Einheiten zu erkennen. Das hat jetzt wieder den Nebeneffekt, dass für die Leute, die Lattex sprechen, zum Beispiel sowas bei rauskommen kann. Also hier hat jemand in eine Antwort wieder den SI-Unit-X-Code reingeschrieben. Die geschweiften Klammern sieht man nicht, aber es ist halt definitiv nicht das, was man erwarten würde. Das heißt, diese ganze Syntax-Diskussion ist, ich finde, nach wie vor wahnsinnig kompliziert, weil ich glaube, es hängt sehr davon ab, mit was für Menschen macht man das, wie strikt halten sich die Menschen an Vorgaben, wie viel Prüfmechanismen hat man drin. Und ein wesentliches Problem ist, dass eben ganz viele Sachen nicht mehr geprüft werden. Und ganz viel auch wirklich eine Blackbox ist. Das heißt, der, die MitarbeiterInnen schreibt gerade Inhalte in das Direktus, guckt sich am Ende ein Output-Format an, aber nicht unbedingt alle. Und da müsste man wahrscheinlich noch einiges dran tun. Aktuell sieht das Ganze also so aus, dass wir das Direktus haben. Da sind TIX-Bilder drin, die sind auch tatsächlich als TIX-Code direkt hinterlegt und wir können die einzeln generieren. Wird dann zum Beispiel im Direktus auch als Vorschau angezeigt. Dann holt Python über die API einmal den Code raus für die Fragen. Da wird die Syntax entsprechend erweitert. Liegt daran, dass das Fragentool aktuell ein Feld hat für die Frage und vier Felder für die Antworten. Und das wird in dem Moment zu einem Fragenblock zusammengebaut. Dann gibt es diesen lustigen Parser für die eigenen Syntax-Varianten und die Par-Regex-Ersetzung. Landet dann aber auch nur im LaTeX und ich sehe vorher quasi gar nicht, was am Ende dabei rauskommt. Aber wir sind damit in der Lage, Fragenkataloge zu bauen, die die Bundesnetzagentur abgenickt hat. Also so schlecht kann es in Summe nicht sein. Was gerade in Arbeit ist, sind die Fragebögen, die dann ja auch für die Prüfung am Ende gebraucht werden. Und ein Lehrbuch dazu. Neben den Materialien, die dann überladlich laufen, gibt es noch für die Ausbildungsstruktur die Grundidee, da relativ viel online anzubieten. Und das wird auch aus dem Direktus über Python in Websites und Videos gefüttert. Und in dem Fall verwenden wir auch die Bilder, die wir in TIX gebaut haben, aber als Einzelbilder, um die dann anderweitig weiterzuverwenden. Und in Summe ist es schon wahnsinnig verschachtelt. Auf der anderen Seite auch schwer nachzuvollziehbar, wie jetzt die rückwirkenden Mechanismen sind. Matthias hat heute Morgen gesagt, also wenn wir vorher gewusst hätten, was wir jetzt wissen würden, würden wir es anders machen. Das ist auch definitiv so, aber das ist ja eigentlich bei jedem Projekt so, insbesondere bei Ehrenamtsprojekten. Ich meine, da hätte das ganze Ding auch von Grund aufbauen können, dann wäre man wahrscheinlich nicht. Das ist ja auch noch nicht fertig. Aber in Summe tut es, was es soll und die Sachen sind erstmal da. Genau, dann würde ich mal wieder den Matthias ein bisschen über die Ausbildung reden lassen. Genau, wir gucken auch gleich mal noch in das Datenbanksystem rein, dass ihr mal seht, wirklich konkret, wie das aussieht. Vorweg aber noch will ich ein bisschen was noch loswerden zur Ausbildung. Das ist ein Ausbildungskurs, den ich mitbetreut habe, damals noch, als ich noch in Kaiserslautern war. Das ist so das typische Setting. Das ist der erste Infoabend, wo alle Interessierte zusammenkommen, die sich für Amateurfunk halt interessieren. Und dort begeistert man und sagt, Amateurfunk ist so vielfältig und das stimmt auch, in den letzten 20 Jahren ist die Vielfalt im Amateurfunk richtig explodiert. Was man alles basteln kann, was man für Funkanwendungen machen kann. Ich gehe jetzt gar nicht so sehr aufs Detail hier drauf ein, aber wir begeistern die Leute für den Amateurfunk und wie toll das ist, unabhängig da zu kommunizieren. Und dann eine Woche später ist die erste Lektion dann wieder die Grundlagen der Elektrotechnik. Und jetzt kann man sich vorstellen, wiederum eine Woche später sieht dann der Hörsaal so aus. Hier kann man sich das nicht vorstellen, aber uns wohl wahrscheinlich schon. Genau. Und das ist uns aufgefallen, das haben wir auch mal analysiert, es gibt einen gewissen Schwund in diesen Ausbildungskursen. Am Anfang sind halt viele Interessenten da und dann nimmt das immer weiter ab. Und aus dem Grund haben wir uns entschlossen, die Ausbildung umzudrehen. Also bisher gab es immer so eine klassische Bottom-up-Ausbildung vom Widerstand zum Funkgerät. Und was wir jetzt machen wollen, ist ein Top-Down-Ansatz, dass wir sagen, wir wollen von der Faszination Funk bis zum Widerstand runtergehen. Und das sieht man auch in dem Lehrplan jetzt zum Beispiel für die Klasse N. Da oben zum Beispiel erste Schritte, da gibt es dann so Sachen wie Rufzeichen, Buchstabieralphabet, Betriebsabwicklung, Ausbildungsbetrieb und so weiter. Und nach der ersten Lektion kann ich jetzt schon mit den Aspiranten da in Zukunft ans Funkgerät gehen und kann schon mal Funkbetrieb, Ausbildungsfunkbetrieb machen. Und das zieht sich so weiter durch, das heißt, wir begeistern die Leute für Amateurfunk. Begeisterung, Begeisterung, Begeisterung. Und die Grundlagen der Elektrotechnik und die Gesetze und Vorschriften, also die Themen, die so ein bisschen unbeliebt sind, die kommen ganz am Ende. Und wer es schon mal bis hier durchgezogen hat, der oder die gibt hier im Prinzip am Ende dann auch noch Gas. Das ist im Prinzip so die Idee dieser neuen Ausbildung. Also in Zukunft soll das so aussehen. Das war jetzt ein Kurs, den ich jetzt gerade vor kurzem abgeschlossen habe in Würzburg. Da gab es 60 bestandene Amateurfunkprüfungen. Ja, was ist der Lösungsansatz? Wir haben eine Ausbildungsplattform, die nennt sich 50ohm.de. Wer war da schon mal drauf? Na ja, gut, fast alle. Ja, ist eine Ausbildungsplattform, gucken wir gleich mal rein, mit interaktiven Elementen auch. Also das, was wir halt in einem Buch halt nicht können, versuchen wir halt dort umzusetzen. Es gibt Folien für die Ausbilder. Das machen wir mit Reveal.js. AusbilderInnen. Ja. Wenn ich schon deine Folien übermale, dann muss das hier auch. Genau. Einen passenden YouTube-Kurs, auch von einem Funkamateur DL2YMR. Eine Trainings-App, die von Konrad entwickelt wird, DL7KON. Und entsprechend halt das Buch, wo wir mit Marei dran sind, dann auch über den DRC-Verlag. Weiterhin, das finde ich auch interessant, Aartis, das ist ein Verein für Amateurfunk an Schulen. Die entwickeln auch gerade noch einen passenden Bausatz für die Klasse N und vielleicht auch für die folgenden Klassen. Das ist super spannend, da kann man dann auch direkt das Basteln auch mit in den Kurs dann integrieren. Ja, ich würde jetzt einfach mal reingehen, vielleicht erst mal in das Tool. Das ist das Direktus. Für die, die es jetzt interessiert, man kann im Prinzip hier ein Datenmodell festlegen und sagen, okay, es gibt eine Tabelle Fragen und die soll die folgenden Spalten quasi haben. Und man kann hier aber auch so ein bisschen das Layout entsprechend anorten, weil so sieht das dann später aus, wenn ich das dann ausfülle. Und ihr seht, da gibt es schon sehr viele Spalten in dieser Tabelle. Weil wir sehr viel Information auch mittracken mussten. Auch so Traceability, Beispiel Fragennummer. Da gibt es da oben jetzt eine Fragennummer im neuen Katalog. Und da unten haben wir aber auch noch die Number Old aus dem alten Katalog, wenn es eine Bestandsfrage war, die wir übernommen haben. Das ist also alles mitgetrackt. Ja, können wir auch mal reingucken bei den Fragen. Ja, das ist jetzt im Prinzip so eine Tabellenstruktur. Wie das aussieht, kann man sich auch hier alles festlegen und filtern, so wie man das eigentlich auch kennt. Und dann kann man sich mal so eine Frage angucken. Da sieht man dann, in welchem Prüfungsteil ist das drin. Was ist die Fragennummer? Wie verhält sich das in Verbindung mit den internationalen Lehrplänen? Ja, also wo gehört das da dazu? Wo gehört es in den Fragenkatalog rein? Und hier ist die eigentliche Frage mit den entsprechenden vier Antworten, wobei A immer die richtige ist. Und dann gibt es noch weitere Texte, zum Beispiel hier für Bilder. Aber auch hier entsprechend sind unsere Reviews vermerkt. Und auch entsprechend, dass die Bundesnetzagentur hier die Freigabe dieser Frage erteilt hat. Ja, das ist zum Beispiel dann auch ein Fragenfeld, wo nur die Bundesnetzagentur-User das Recht haben, das entsprechend zu setzen. Vielleicht auch noch so als Information dazu. Ja, und somit kann man das im Prinzip bearbeiten. Es gibt hier auch ein Kommentarfeld. Da kann man auch noch ein bisschen kommentieren. Es ist alles auch in der Revision drin. Also ich kann immer nachvollziehen, wer hat eigentlich jetzt hier gerade was verändert. Das Gleiche für die Bilder. Marei hat es schon gesagt. Ich glaube, das war eins oder so ein ähnliches Bild jetzt. Da kippt man halt im Prinzip seinen TIX-Code ab. Und das Tool erzeugt dann entsprechend hier auch eine Vorschau hinten dran. Genau. Ja, was gibt es noch zu zeigen? Das ist ja im Prinzip der Katalog. Das ist die URL, wo er den dann auch bekommt. Bei der Bundesnetzagentur entsprechend dann zum Download. Finde ich jetzt interessant, weil eigentlich hätte ich jetzt hier einen Link erwartet. Da ist er. Das ist im Prinzip das, was dann dabei herausfällt. Bundesnetzagentur hat natürlich dann vorne und hinten dran noch ein bisschen einleitenden Text gepackt. Aber ab hier ist im Prinzip dann LaTeX-Code. Und so sieht das Ganze aus. Zweispaltiges Format. Und hier sind auch die Fragen für alle Amateurfunkklassen entsprechend drin. Und wenn man ein bisschen weiter scrollt, dann erscheinen hier natürlich dann auch mal zwischendurch mal Bilder. Und genau, das ist so ein Beispiel von so einem Transziver-Display. Gut, das ist der Katalog. Wir haben aber auch noch die Ausbildungsplattform 50ohm.de. Die Anwesenden waren ja schon mal drauf. Deswegen muss ich vielleicht jetzt gar nicht so sehr jetzt alles zeigen. Aber die Inhalte, die hier auf der Seite sind, sind natürlich auch in dieser Datenbank, in diesem Direktus mit drin. Und da gibt es jetzt hier zum Beispiel die verschiedenen Kapitel. Und das Interessante ist auch hier, ich gehe mal auf die Abschnitte. Die Abschnitte sind so geschrieben, dass sie zu einer bestimmten Klasse zugeordnet werden. Und je nachdem, welche Klasse ich erreichen möchte, baut sich das Ausbildungsmaterial automatisch entsprechend zusammen. Und man bekommt die Abschnitte, die man dann für die entsprechende Klasse auch braucht. Da haben wir zum Beispiel jetzt das Thema Sprachsignale. Und das ist jetzt im Prinzip dieser Markdown-Code. Und es ist tatsächlich so, dass unsere Autorinnen entsprechend mit dem Markdown tatsächlich besser klarkommen als mit der Latex-Syntax. Aber wie Marei schon gesagt hat, das macht uns dann natürlich wieder Probleme an anderen Stellen, wenn wir zum Beispiel eine Einheit oder den Regex für die Einheit nicht haben. Du hast ein gutes Beispiel da. Du hast unten 300 bis 270 Hertz und die Zeile drunter ist es mit von bis Strich oder beziehungsweise da ist ein Bindestrich drin. Das heißt, Sachen einheitlich zu haben, ist halt deutlich schwieriger, wenn ich nicht irgendeine Form von Syntax dafür habe. Und ich kann dann versuchen, es zu erkennen. Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt halt das mit QTY gemacht haben, dann haben Sie sich vertippt, haben eine geschweifte Klammer dazu gemacht. Und dann führt das halt natürlich auch zu Problemen. Also das ist so die Wahl zwischen zwei größeren Problemen halt immer so ein bisschen. Weil wir können vielen Autoren, Autorinnen nicht Latex-Syntax teilweise zumuten. Das ist halt oft das Problem. Ja, aber so sieht das aus. Da gibt es jetzt halt noch ein paar zusätzliche Texts, die wir dazu gebaut haben. Und zum Beispiel hier, das ist jetzt so ein Makro für eine Frage. Also hier wird die Frage 2376 dann entsprechend hingerendert. Und das kann man sich dann auch hier auf der Plattform angucken. Also das ist das, was am Ende des Tages rauskommt. Wir haben hier eine Marginalie, wo extra Bilder und Informationen drin sind. Und hier unten wird entsprechend auch die Frage hingerendert. Und dann kann ich auch entsprechend Bandbreite, das müsste Hertz sein, da kann ich dann auch entsprechend hier probieren. Gut. Ich habe gesagt, wir haben interaktive Elemente. In dem Buch wird es jetzt so sein, dass hier der Text ist und dann hier das Bild entsprechend mit so einem Sprachsignal. Aber wir können ja mehr im Web. Also warum nicht einfach hier sagen, okay, wir schalten das Mikrofon ein. Und schauen uns einfach so ein Sprachsignal direkt live im Spektrum an. Das ist zum Beispiel jetzt so eine Idee und das wird an vielen Stellen jetzt kommen. Oder auch hier zum Beispiel Sprungdistanz, jetzt eine Klasse E. Da ist der Text noch nicht geschrieben. Der ist gerade noch im Entstehen. Aber hier kann man zum Beispiel jetzt hier mit dem Abstrahlwinkel von unserer Antenne spielen. Und dann auch schauen, wie weit ist denn die Reichweite dann der Funkverbindung. Also, dass man das Ganze auch so ein bisschen interaktiv halt einfach machen kann und auch verstehen kann. Ja, was haben wir noch? Ich gehe vielleicht noch mal zurück zu dem Beispiel mit den Sprachsignalen. Modulation. Wir haben hier oben noch so zwei Buttons, die sind relativ interessant noch. Wenn ich hier drauf klicke, komme ich zu einem YouTube-Kurs, was ich vorhin schon erwähnt habe. Und genau zu der Minute, wo dieses Thema dann auch entsprechend behandelt wird. Das heißt, wenn ich es nach dem Lesen nicht verstanden habe, dann kann ich mir es noch mal im Video angucken. Und das ist teilweise auch so ein bisschen anders noch erklärt in den Videos, damit man da einfach noch mal eine andere Sichtweise teilweise auf die Dinge bekommt. Und da gibt es noch einen zweiten Button hier. Das ist dann für die Folien für die Ausbilder. Da kann ich mal drauf gehen. Und hier kann ich jetzt im Prinzip, was muss ich drücken? F, ne? Genau. Jetzt bin ich im Präsentationsmodus und kann dann entsprechend auch hier, ja, jetzt so einen Amateurfunk-Ausbildungskurs dann durchführen. Und auch hier hoffe ich, dass Lars das gemacht hat. Hier ist noch nicht drin. Okay, schlechtes Beispiel. Aber hier kann ich dann trotzdem auch die Prüfungsfragen dann mit den Teilnehmenden durchgehen. Und die interaktiven Elemente sind natürlich dann auch, weil das auch Web ist, auf den Folien entsprechend dann mit drauf. Gut. Habe ich noch was vergessen, was man zeigen sollte? Ich glaube nicht. Dann würde ich vorschlagen, ja, was sind eure Fragen dazu? So, erstmal vielen herzlichen Dank für den Vortrag soweit. Wir sind natürlich noch nicht fertig, aber ihr dürft ja gerne schon mal einen großen Applaus geben. Gut. Naja, also erfahrungsgemäß braucht das im Publikum immer ein bisschen zum Sacken. Ja. Deswegen, wenn das okay ist, würde ich direkt erstmal mit einer Frage loslegen. Und zwar erstmal vielen herzlichen Dank. Ich habe sehr viel gelernt, unter anderem dazu, wie man sinnvoll Multiple-Choice-Questions, also in dem Fall nicht Multiple, sondern Single-Choice-Questions stellt. Und auch, wie man mit so Altlasten umgeht und dann aber auch sich selber gut neue schafft. Jetzt wäre meine Frage genau daran anknüpfend. Was ist denn in 20 Jahren, wenn dann eure Nachfolger das System wieder übernehmen? Ja. Habt ihr da von vornherein auf Wartbarkeit geachtet? Ist das irgendwie speziell mit in die Anforderungen mit eingeflossen? Macht es das komplizierter? Ja. Erstmal, wir wollen keine 20 Jahre mehr warten. Also es wäre fatal für den Amateurfunk, wenn wir jetzt nochmal 20 Jahre warten. Die Welt dreht sich immer schneller und wir müssen eigentlich immer mithalten. Und deswegen ist es auch mit der Bundesnetzagentur abgeklärt, dass wir uns einmal im Jahr zusammensetzen, auf den Katalog gucken und schauen, okay, was läuft gut, was läuft schlecht. Wo gibt es neue Themen? Wo gibt es Themen, die wir vielleicht jetzt wieder rausnehmen können? So, dass es jetzt da einen kontinuierlichen Prozess gibt. Die ganze Zeit war das so, der Katalog ging 2005 quasi online und alle Fragen, die dann obsolet wurden, wurden rausgestrichen. Und die waren aber immer noch im Katalog drin. Es gab eine zusätzliche Liste von nicht gültigen Fragen, die gepflegt wurde. Und diesen Zustand, den wollen wir eigentlich nicht mehr haben. Wir wollen eigentlich wirklich jedes Jahr eine neue Auflage rausbringen, wo entsprechend Fehler korrigiert werden, wo neue Fragen hinzukommen. Oder auch wieder ältere Fragen dann rausfallen. Und dafür braucht man natürlich irgendwie Wartbarkeit. Ein Problem ist halt immer so im Ehrenamt. Und wie kriege ich das hin? Und das ist natürlich eine große Herausforderung, weil jetzt natürlich auch bei uns diese Verantwortung einfach im Referat liegt. Das heißt, irgendwann in Zukunft vielleicht muss dann mein Nachfolger, meine Nachfolgerin das halt weiterführen. Und da muss man halt entsprechend noch auch dran arbeiten, dass das Ganze halt entsprechend dokumentiert ist und halt auch wartbar ist, möglichst automatisiert ist und halt auch updatefähig ist. Aber wir haben gute Leute, die sowas können. Man muss halt nur schauen, es ist Ehrenamt. Also man muss halt gucken, okay, was passiert jetzt, wenn die Person wegfällt, weil andere Commitments, Arbeit oder Familie. Da muss man sich halt irgendwie immer so durchnavigieren. Das ist halt nicht so einfach. Ja, umso mehr freut es mich natürlich, dass man in der Software-Community dann auch immer noch Hilfe findet. Ja, da bin ich auch sehr dankbar. Ohne Marei hätten wir das tatsächlich alles nicht hingekriegt, weil, ja, wenn wir ein Problem haben mit Tech, dann wird gegoogelt, dann guckt man auf Stack Overflow und dann findet man halt wirklich eine bescheuerte Lösung und das führt halt zu nichts. Man findet teilweise auch gute Lösungen, aber es ist tatsächlich, man findet halt nicht die Lösung, die auf das angepasst ist, was sie schon hatten. Und das war ein bisschen das Hauptproblem. Aber ich glaube tatsächlich bezüglich Wartbarkeit ist halt einfach auch jetzt auf Open-Source-Tooling zu setzen und da Pipelines zu haben, die eben möglichst viel Automatisierung machen. Und wir haben im Prozess halt auch gesehen, was definitiv Tests braucht und was definitiv Mechanismen braucht, um da eine Prüfung zu haben. Und ich glaube, das vereinfacht es langfristig natürlich, weil ich zumindest dann relativ schnell merken kann, dass es ein Problem gibt. Ja, sehr schön. Okay, dann werfe ich mal einen vorsichtigen Blick in die Runde. Hat denn jemand Fragen? Ich flitze. Genau, eine Frage. Ich habe ja gesehen, dass im Grunde nur das Buch mit Tech gestaltet oder mit Leiter gestaltet wird. Aber die Webseiten, die Folien sind ja reines HTML. Wird das aus denselben Sourcen heraus generiert oder hat das Buch nochmal einen komplett anderen Bereich im Direktus drin, wodurch dann halt die Texte generiert werden? Oder ist das genau derselbe Part, den du gerade gezeigt hattest, Matthias? Ja, also es ist dieselbe Quelle. Und dann haben wir halt so ein Templating-Framework, was entsprechend einmal HTML generiert, aber auch halt dann Tech. Aber es gibt zwei Eingabefelder. Du hast ein Eingabefeld für Fließtext fürs Buch und den möchtest du ja in der Folie nicht haben. Genau, also wo es eine Trennung gibt natürlich, ist halt Fließtext für Buch und die Plattform selbst, aber auch die Folien. Und da gibt es nochmal ein Extrafeld. Also das ist getrennt. Man könnte theoretisch auch Tech-Folien draus bauen, dann noch zusätzlich, wenn man das möchte. Vielleicht. Muss man mal gucken. Dann reiche ich mal direkt weiter. Dankeschön. Mich würde interessieren, wie so das Feedback ist aus dem Verein. Ob da was zurückkommt, bei uns war jetzt bei der letzten Versammlung von unserem Ortsverein, der Vorstand war mit da. Und dem haben wir halt auch auf den Weg gegeben, dass wir das, also wir sind richtig begeistert von der ganzen Geschichte, was ihr da durchgezogen habt. Das ist richtig genial. Und ich wollte einfach mal hören, ob es da auch eine Wertschätzung von anderen eben gibt, wie da so das Feedback ist im Moment. Ja, tatsächlich hauptsächlich positiv und positive Wertschätzung auch. Ein paar wenige negatives Feedback, auch leider nicht konstruktiv, aber das gibt es natürlich immer. Aber durchweg eigentlich positiv. Ich habe jetzt letztens ein kleines Experiment gemacht, auch bei uns im Verein gibt es ja da so Funktionsträger-Seminare, wo Funktionsträger in den Ortsverbänden halt nach Baunatal kommen und dort sich weiterbilden für die Ortsverbandsarbeit. Und da habe ich jetzt mal einen Test gemacht, nämlich mit den Folien PowerPoint-Karaoke tatsächlich. Also ich habe gesagt, so, hier sind neun verschiedene Amateurfunk-Themen, probiert doch einfach mal. So, könnt ihr aus dem Stehgreif so einen Klasse-N-Kurs machen? Und ich habe das dann, glaube ich, sechsmal gemacht und das war total cool. Also die Leute konnten wirklich aus dem Stehgreif, ohne sich vorzubereiten, diese Ausbildung machen und haben auf einmal Anekdoten ausgepackt. Und das war eine richtig lebendige Ausbildung. Also das Feedback, was ich jetzt bisher gekriegt habe zu dem Ganzen, ist sehr, sehr positiv. Wir sind noch ein bisschen mit dem Zeitplan hintendran, zugegebenermaßen. Wir arbeiten jetzt an Klasse-E und A-Materialien, also Klasse-N ist im Prinzip fertig. Das heißt, das Buch kann auch bald in den Druck gehen. Da müssen wir noch Gas geben. Das müssen wir halt irgendwie auch schaffen, dass da das Material vorhanden ist. Auf der anderen Seite sage ich dann vielen Leuten, die sich beschweren, ja, es gibt ja kein Material. So ganz stimmt es nicht. Die Digitaltechnik ist schon komplett da. Das heißt, die neuen Themen, die jetzt in den Katalog reingekommen sind, die es vor 20 Jahren nicht gab, das ist schon da. Das kann man lernen. Und die Grundlagen der Elektrotechnik und die Schaltungstechnik hat sich ja nicht verändert in den letzten 20 Jahren. Das heißt, ich kann auch mit dem alten Material noch tatsächlich mich vorbereiten auf die aktuelle Prüfung. Aber grundsätzlich ist das Feedback sehr positiv. Und ich hoffe, dass die Ortsverbände auch diesen Schwung mitnehmen, um halt Ausbildung zu machen, um auch so die Existenz weiter sichern zu können. Vielen Dank. So, dann geht es einmal noch wieder nach hinten. Ich muss kurz noch mal nachfragen, wie machst du das mit den interaktiven Elementen im Buch? Ja, die gibt es dann an der Stelle nicht. Wahrscheinlich wird das daraus hinauslaufen. Also in Klasse N haben wir das nicht so oft mit den interaktiven Elementen. Das wird gerade in E und A viel mehr werden. Im Buch wird es wahrscheinlich daraus hinauslaufen, dass es vielleicht dann mehrere Grafiken gibt, die dann so eine Abfolge von verschiedenen Dingen halt, die normal animiert sind, dann irgendwie nacheinander zeigt in zwei, drei Bildern. Das ist da der Workaround. Oder man muss halt vielleicht irgendwie mit einem QR-Code oder so irgendwie halt wieder auf die Seite zurücklinken. Jetzt hast du gerade eine Sprachsynthese gezeigt interaktiv. Gibt es Ideen, vor allen Dingen, ich überlege mal so in Richtung Klasse A-Bereich, wo ja mehr Schaltungen auch sind, Schaltungen auch interaktiv darzustellen? Ja, da gibt es ja dieses Circuit-GS, das habe ich mir schon angeguckt. Das wäre eine Möglichkeit, was man da machen könnte, wo man dann auch die Leute im Browser halt interaktiv auch mal was aufbauen lassen könnte zum Ausprobieren. Haben wir auf dem Schirm, aber ja, da brauchen wir noch ein bisschen Zeit dafür. Aber ich denke, das wäre noch eine zusätzlich coole Idee. Aber ich glaube, was halt auch wichtig ist, ist, dass die Leute halt auch wirklich Praxis machen. Also vielleicht nicht alles im Browser bauen, sondern halt wirklich mal eine Antenne bauen oder mal irgendwie Schwingkreis oder sowas mal zusammenlöten. Das gehört halt auch dazu und deswegen bin ich froh über diese Kooperation noch mit A-Artis, die dann entsprechend das noch dazu passend ausarbeiten. Gibt es noch weitere Fragen? So, okay. Ich glaube, langsam, ganz langsam kommen wir auch vermutlich zum Ende. Aber ein bisschen Zeit ist noch. Deswegen hätte ich noch eine Frage. Und zwar, wie wollt ihr das machen mit der Evaluation? Weil du hattest ja auch gemeint, ihr wollt euch dann jährlich zusammensetzen und das Ganze nochmal Revue passieren lassen, zu schauen, ob es Änderungsbedarf gibt. Wie stellt ihr den fest? Anhand von Prüfungsergebnissen, wie die Schulungen gelaufen sind oder wie macht ihr das? Ja, also leider trackt die Bundesnetzagentur oder macht keine Auswertung über die Fragen irgendwie, die viele Probleme machen. Das gibt es leider nicht, zumindest bis jetzt nicht. Ich habe es schon mal vorgeschlagen. Ist natürlich viel mehr Arbeit für die. Wird es wahrscheinlich dann auch nicht geben. Wir kriegen das aber zurückgespiegelt über unsere Ausbilder. Ja, also die sind ziemlich aktiv. Es kommen relativ viele E-Mails bei uns ins Ticketsystem rein mit Vorschlägen, meist wirklich konstruktiv, wo dann gesagt wurde, ja, hier bei der Frage, da habt ihr das übertrieben oder hier müsst man nochmal überlegen, ist das halt wirklich richtig. Da haben wir nach der Veröffentlichung des Katalogs 200 E-Mails gekriegt, tatsächlich. Und die haben wir halt priorisiert, überlegt, okay, was ist jetzt wirklich fachlich falsch? Es gab zwölf wirklich fachliche Fehler im Katalog. Die wurden jetzt in der letzten Auflage von letzter Woche auch schon korrigiert. Und jetzt haben wir noch so einen Stapel von Dingen, wo wir in Zukunft drauf gucken müssen noch. Ja, wo man sagt, okay, das könnte man noch verbessern, das ist nicht ganz so eindeutig, das ist ein bisschen schwammig. Und da muss man es nochmal anders formulieren, damit es halt klar wird und dass man es auch in der Ausbildung dann entsprechend rüberbringen kann. Das Schlimmste, was in der Ausbildung passieren kann, ist halt irgendwie, wenn man als Ausbilder erklären muss, ja, das ist nicht ganz so richtig, aber lerne jetzt einfach das auswendig. Das ist halt, das ist echt unbefriedigend und deswegen sind wir froh über das Feedback, was wir bekommen. Wir denken darüber nach mit mehreren Köpfen und finden meistens auch immer irgendwie eine Lösung, um das Problem zu beheben. Und dann kommt es halt in die nächste Auflage des Katalogs mit rein. Und das Schöne ist ja, da alles aus dieser Direktus-Datenbank kommt, es passiert halt automatisch. Das heißt, ich ändere die Frage und ich sehe dann auch, okay, diese Frage kommt in diesen Buchabschnitten vor. Dann checke ich da nochmal den Text. Okay, ich muss das vielleicht auch nochmal hier umformulieren. Also ich habe diese Traceability und das ist, denke ich, extrem wichtig, sodass man dann auch wirklich diese Update-Fähigkeit einfach hat. Ah ja, da kommt die Informatik-Affinität ein bisschen durch. Natürlich, automatische Bildsysteme sind für sowas schon sehr, sehr praktisch, das stimmt. Gut, dann hätte ich vielleicht noch eine letzte Frage. Das ist eher eine offene Frage. Was würdest du, was würdet ihr euch denn wünschen von der Community? Wo wäre denn technisches, also laytechnisches oder anderweitig technische Unterstützung hilfreich? Gibt es Designer, die ihr bräuchtet oder irgendwas? Ja, gibt es, also haben sich schon viele Leute auch gemeldet, aber wir brauchen natürlich immer noch helfende Hände. Zum Beispiel bei den Apps, da bräuchten wir vielleicht noch Unterstützung. Momentan macht das hauptsächlich Konrad allein, noch mit ein bisschen Hilfe von zwei anderen noch. Das wäre halt was, wo wir zum Beispiel Hilfe bräuchten. Auch bei der ganzen Backend-Entwicklung, sage ich jetzt mal, das ist alles Python-Code, das müsste mal refactored werden. Da müssen mal einige Altlasten rausgeworfen werden, vielleicht auch Teile nochmal neu geschrieben werden, um es schlanker zu bekommen nochmal. Da bräuchten wir schon, denke ich, noch helfende Hände, also falls jemand Lust hat. Ich habe noch was nicht technisches. Ja. Wir haben das Problem, dass alle Abbildungen Alttexte brauchen. Ja. Also es ist tatsächlich, der Grundplan ist, das Ganze irgendwie auch barrierefrei zu kriegen. Und aufgrund von Kommunikation und keiner Ahnung ist es gerade furchtbar unangenehm, dass das Dokument grundsätzlich als barrierefrei zählt, also der Katalog. Aber es ist es nicht, weil die Alttexte sinnlos sind. Der Mechanismus ist da, man muss sie schreiben. Und da wäre halt cool, wenn halt gerade Funk-AmateurInnen, die das schon gemacht haben und sich mit der Thematik auskennen, da einfach beitragen könnten, damit da vernünftige Texte drin landen, damit das einfach auch zugänglich wird. Ja. Das ist auch ein Thema. Und wir würden gerne den Katalog auch in die englische Sprache übersetzen. Das liegt daran, dass, ja, früher war es möglich, die US-Prüfung hier in Deutschland zu machen und die dann umzuschreiben. Das ist jetzt aber nicht mehr möglich. Und da verlieren wir halt auch, ja, viele Interessenten tatsächlich, die Amateurfunk in Deutschland gerne machen würden, aber halt hier, ja, zum Beispiel zum Studium hier sind oder auch beruflich hierher gekommen sind, aber halt mit dem Deutschen noch nicht so fit sind, aber technisch schon. Und das wäre auch was, wo wir, denke ich, Hilfe bräuchten, den Katalog zu übersetzen. Das kann man vielleicht auch teilautomatisieren, aber wenn da nochmal Native Speaker drüber gehen, entsprechend auch für diese Fachbegriffe aus der Funktechnik, das nochmal glattziehen würden, das wäre auch sehr, sehr, sehr hilfreich noch. Es gibt noch sehr viel zu tun. Das ist auf der anderen Seite aber auch sehr schön. Es ist ein lebendiges Projekt. Ich freue mich sehr. Ich bin auch mal gespannt, mal gucken, ob es mich dann auch mal in diese Prüfung reinverschlägt. Ich freue mich dann schon auf die Materialien. Und ich freue mich auf die vielen Crashkurse in Amateurfunktechnik zusammen mit Bastelworkshops, die vermutlich auf den zukünftigen Easter Eggs dann alle kommen. Ich hoffe es, ja. Genau, gut. Ich denke mal, das ist ein schönes Schlusswort. Gibt es von eurer Seite noch etwas, was ihr loswerden wollt? Danke an das ganze Team. Also 75 Leute haben das möglich gemacht. Ich habe hauptsächlich koordiniert, aber vor allen Dingen an Björn, der sehr viel im Backend macht, auch Flo zum Beispiel, auch Ronny, die sehr viel Texte geschrieben haben und auch alle anderen Mitarbeitenden, die da mitgemacht haben. Lars, danke Olli, auch für vieles Reparieren, was mal kaputt geht noch oder die Beiträge zu Notfunk. Ja, also an das ganze Team herzlichen Dank und auch vor allen Dingen an Marei. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.